freude der gepflegten wanderblase wie versprochen melde ich mich heute mit einem kurzen video vom rande des schwarzwaldes hier in die richtung sehen wir eher so richtung schwäbische alp was gar nicht immer hier noch ein bisschen weitergehen dann sind wir auf der anderen seite hier da würde es dann weitergehen richtung schwarzwald aber da ich von meiner arbeit heute mit auf nachhauseweg bin und zwischenzeitlich keine andere möglichkeit gefunden habe dachte ich ich melde mich von hier für euch ton hört sich vielleicht ein bisschen anders an liegt daran ich habe heute keine tote ratte drauf sondern nur das mikrofon vom media case das soll ja nicht so gut sein aber für das was ich sagen will reicht und zwar zu ostern bin ich letztes jahr spontan von lehrenberg nach karlsruhe 65 kilometer gewandert von halb 8 morgens bis halb neun abends und dieses jahr in vorbereitung auf den 171 kilometer marsch köln fahrt möchte ich natürlich auch ein bisschen vorbereiten das heißt ich werde wahrscheinlich samstagmittag mein auto in karlsruhe abstellen bei karlsruhe wie auch immer und dann am rhein mich auf die socken machen und nach süden marschieren kilometer putzen das soll so lange gehen wie ich lust habe also sehr wahrscheinlich über nacht bis in den sonntag rein und ja mein ziel bei der ganzen sache ist es natürlich mich vorzubereiten zu gucken wie viel kilometer gehen wie lange kann ich mich selber motivieren ohne unterstützung und jetzt bin ich mal gespannt wie viel das wohl werden wird damit ich aber etwas mehr unterstützung habe würde ich mir wünschen noch etwas motivation von euch dazu zu bekommen wenn ich also von euch noch etwas möchte was könnte das denn sein stehe ich hier mitten in der botanik hier ist ein feldweg rundherum ist hier eigentlich nichts was ist während ich hier laber kommt auch noch vorbeigefahren okay also weiter geht's und zwar ich habe mir überlegt wie wäre es denn wenn ihr jeden kilometer mit einer kleinen spende unterstützen würde das darf von einem cent bis was auch immer ihr euch vorstellt und wünscht sein macht euch da nicht nass guckt was möglich geht wenn ihr das wollt und wenn es was weiß ich pro kilometer nur fünf cent sind oder sowas da kommt am ende trotzdem was zusammen ich werde das aber nicht einsamen sondern ihr spendet das an eine organisation eurer wahl und lasst mir dann unter der e mail adresse die ich euch unten die beschreibung stelle die bescheinigung zukommen dass ihr das überwiesen habt entweder den kontoauszug oder die spendenbescheinigung was auch immer und ich werde dann mir überlegen was ich euch zugutekommen lasse als kleine ja verlosung sozusagen also ich habe daheim noch eine kleine stirnlampe rumliegen die ist niegelnagelneu die würde ich euch gern verlosen wollt vielleicht packe ich euch da noch einen gutschein meiner wahl dazu so in höhe von 25 euro einfach damit vielleicht der anspruch noch ein bisschen höher ist und dieser wird dann verlost unter allen bestätigten spenden die bei mir per e mail angekommen sind das werde ich etwa zwei wochen nach abschluss der wanderung machen das heißt wanderung wird dann ja zu ostern jetzt sein am samstag zu sonntag und dann zwei wochen danach werde ich spätestens das ergebnis bekannt geben wenn ich sogar schon früher mal gucken vielleicht erzähle ich euch dazu in dem wander video nachher noch mehr ich möchte wenn ihr euch beteiligen möchte darum bitten dass ihr euch unter der e mail adresse die ich unten einblende auch schon meldet wenn ihr euch für eine spende entscheidet und mir da schon dazu schreibt wie viel cent euro ihr pro kilometer den ich wandere gerne spenden wollt und das wäre dann natürlich auch die verpflichtende summe die mir wenn ihr am gewinnspiel teilnehmen wollte nachzuweisen wäre wenn ihr am gewinnspiel nicht teilnehmen wollte aber trotzdem spenden möchte dürft ihr das natürlich auch dann schreibt ihr mal einfach in eurer spenden quittung wenn ihr mir die zusendet dazu dass ihr nicht mit in die auswahl für das gewinnspiel möchtet gut somit ist die katze aus dem sack ich habe noch keine ahnung wie viele kilometer ich schaffe es wird ein open end endlos marsch ich habe eigentlich zeit und zeit und zeit und gerne würde ich die 100 kilometer knacken denn es geht darum auf die 171 zu trainieren aber ich weiß nicht wie gut mir das gelingen wird vor allem auch wenn ich am rhein entlang marschieren und alle weiteren orte zur versorgung eher so ein bisschen im landesinneren sind und ich am rhein direkt nichts habe ich muss also immer wieder abbiegen mit vielen höhenmetern wird wahrscheinlich nicht zu rechnen sein aber allein die strecke kann auch monoton werden wenn man nur am rhein gerade lang marschiert lassen wir uns mal überraschen ich bin gespannt also ihr lasst euch überraschen das video wird so zügig wie möglich nach dem marsch online kommen und ich hoffe dass eure beteiligung an der spendenaktion möglichst groß ist das würde mir noch mal wahnsinnig viel bedeuten auch in der motivation und vielleicht können wir auch so ein bisschen was tun die wahl des vereins oder der art wo ihr hin spenden wollt ist vollkommen euch frei überlassen da dürft ihr euch aussuchen wo ihr gerne schon immer mal irgendwas hingeben wolltet ich würde mich freuen wenn ihr euch beteiligt also seid dabei macht mit und unterstützt meinen marsch damit ein stück weit bis dann wir sehen uns auf der strecke ich bin raus